Hallo und herzlich willkommen zu Fit&Foodstyle bei Linda und heute meine Lieben wird das richtig knappig. Alles was du heute dafür brauchst sind zwei Kurzhandel und noch vielleicht eine etwas schwerere Rübenhandel und dann würde ich sagen noch eine Fitnessmatte und ein bisschen was zu kriegen an die Seite und dann geht es auch schon los. Wir legen die Gewichte zur Seite und wärmen uns auf. Marschiere auf der Stelle und Marsch. Heb die Knie richtig schön an und die Arme schwingen und wir fahren am Oberkörper vorbei. Heute werden wir richtig schwitzen und viel Beinarbeit und Oberkörperarbeit machen. Mit den Handeln werden wir richtig schön arbeiten und dann lassen wir die Kalorien richtig schmilzen, denn draußen scheint das Wetter und der Bikini muss ja irgendwo hin. Kipp die Knie und die Arme etwas kräftiger mitschwingen lassen. 5,4,3,2,1, und wir kommen in den weiten Stand und wärmen unsere Oberschenken ganz locker auf. Kleines Quads von oben. Sehr schön. Und die Arme öffnen. Schön. Und wir aktivieren den Schultergürtel. Kleines Quads ganz locker. Wir wärmen uns schön auf, damit wir keine Verletzungen provozieren. Seelen, Bänder und Gelenke darauf vorbereiten, auf was jetzt gleich passiert. Okay. Und Oberkörper macht noch Rotation. Und der Kopf geht mit. Der Blick folgt den Armen. Und immer schön den Bauch anspannen. Dann fängelst du den Bauch auch schön mit. Sehr schön. Zu der Seite noch zweimal. Sehr gut. Und fahren wir in die Mitte. Fangen wir an mit unseren Squats. Dazu stellst du dich schulterbreit auf. Von der Seite sieht das so aus. Und was du säßt, geht nach hinten. Das würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Und die Arme gehen nach vorne, vorne, vorne auf Schulterhöhe. Und wir machen heute richtige Deep Squats. Wir gehen tief, tief runter und kommen hoch. Super. Zehn. Neun. Spann den Bauch an. Acht. Come on. Sieben. Come on. Noch sechs. Noch fünf. Vier. Noch drei. Zwei. Und der letzte. Sehr gut. Kommen wir nach vorne. Die erste Runde machen wir ohne Gewichte. Ausfallschritte Lunges. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Von der Seite. Fünf. Noch vier. Drei. Oberkörper schön aufrecht. Zwei. Und der letzte. Super. Wir stellen uns etwas weiter als Schulterbreit auf. Geben unsere Arme nach oben. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Das selbe. Das selbe. Direkt mit der Hanzel. Das war nur das Aufwärmen. Und etwas weiter als Schulterbreit. Positionier dich. Bauch ist fest. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Schöne Schulterüben ist das. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Das selbe Gewicht von der Seite. Bizeps Curls. Zehn. Neun. Kipp das Becken nach vorne, um stabil zu sein und komplett isoliert zu trainieren. Und der Ellbogen ist fest am Oberkörper fixiert. Also, ich möchte nicht sehen, dass ihr irgendwie wachet im Oberkörper. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super, super, super. Und zur Seite. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Mit dieser Übung haben wir jetzt den mittleren Teil der Schulter trainiert. Wunderbar. Leg das Gewicht ab. Und wir machen noch eine weitere Schulterübung. Schnack dir jetzt das etwas größere Gewicht. Und wenn du keins hast, bleib bei dem Kurzhantel oder mit einer Wasserflasche. Und wir trainieren jetzt nochmal unsere mittlere Schulterpartie. Zehn. Neun. Und das Gewicht führst du eng am Oberkörper vorbei. So als würdest du praktisch dein Oberkörper rasieren. So eng führst du und das Gewicht erholen. Acht. Sieben. Sechs. Bauch ist fest. Noch fünf. Come on. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und halten. 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 Und langsamer lösen. Super. Und wir drehen uns zur Seite und kommen nun zur Rückenarbeit. Wie tätlich. Sie kommen tief bis unter die Knie. Der Kopf ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Bauch ist fest. Und wir kommen hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Das sind die Dämpfe. Tief. Und hoch. Super. Tief. Und hoch. Acht. Noch sieben. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Legt das Gewicht ab. Kommen wir nun zur zweiten Runde. Unsere Squats. Deep Squats. Und diesmal noch mit den Handtüren. Also. Komm richtig schön tief. Nicht nur 90 Grad. Sondern richtig runter. Deep, deep, deep. Das Gewicht geht auf Schulterhöhe. Und wieder hoch. Super. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Langfrau und kontrolliert. Die Knie kommen nie über die Fußspitze. Achte darauf bitte. Das vermeide es, indem du wirklich mit dem Gesäß nach hinten gehst. Von der Seite. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Und letzte. Und wir halten. Wir halten. Wir halten. Wir halten. Und lösen. Super. Sehr gut. Die Lange ist nach vorne. Zehn. Mit den Gewichten in der Hand. Neun. Acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Noch zwei. Fast geschafft. Und der Letzte. Super. Direkt klappen wir die Gewichte um. Und wir machen Overhead-Festes mit den kleinen Kurzhanteln. Backus fest. Und die Knie sind leicht gebeugt. Schön. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Letzte. Zwei. Und der Letzte. Super. Red die Gewichte um. Handwerken zeigen nach vorne. Und Bizeps Curls. Zehn. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir gehen direkt zur Seite. Seite. Sehn. Neun. Acht. Super. Come on. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und oben halten. Wechseln. Und lösen. Und lösen. Perfekt. Wechseln wir das Gewicht auf. Das ist etwas stärkere. Come on. Come on. Wir ziehen das Gewicht wieder eher im Oberkörper hoch. Sehr. Und noch ist fest. Wir sind soft und leicht gebeugt. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Come on. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Jetzt ein Zwei. Und der Letzte. Oben halten. Oben halten. Oben halten. Oben halten. Und langsam lösen wir das. Die Bremse direkt zur Seite und komm zu den Bettnitz. Zehn. Leicht über die Knie. Vier. Neun. Schön. In die Schultern. Gehen nach hinten. Acht. Sieben. Fast geschafft. Noch sechs. Fünf. Come on. Noch vier. Come on. Drei. Zwei. Und der Letzte. Sehr gut. Leg das Gewicht ab. Kommen wir nun zum Cool Down. Das war die erste Teil meines Ganzkörper-Workouts. Und du schnappst dir jetzt dein linkes Sprunggelenk. Knie an Knie. Die Beine parallel. Finde deine Balance. Und wir dehnen. Halt das Ganze. Und wenn du etwas mehr möchtest, denkst du den Oberkörper ein bisschen nach vorne. Und hältst das Ganze. Sehr schön. Und langsam lösen. Fülle die Balance. Wechseln. Sehr gut. Mach diese Übung ruhig zwei bis dreimal die Woche. Und dazwischen noch ein bisschen laufen gehen. Eine halbe Stunde mindestens. Dann putze die Bunde auf jeden Fall. Mit der richtigen Ernährung. Und lösen. Setz das Bein vorne auf. Und komm mit dem Gesäß tief und halte das, um deine Beine rückwärts zu gehen. Sehr gut. Und wieder hoch. Seitenwechsel. Schön spürt die Beinrückseite. Und wir öffnen unsere Arme. Dehnen die Brustmuskulatur. Daumenzeiten nach hinten. Und der Gegenspieler. Die Schulterpartie. Zieht richtig schön die Schulterbette auseinander. Super. Und jetzt nochmal eine Schulterdehnung nach vorne. Uh. Good Job. Und andere Seite. Dann sage ich Dankeschön fürs Mitmachen. Like mich auf Facebook unter FitFoodStyleBalinda. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann schilder schnell nach. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss und bye bye.